Hallo und Willkommen zurück zu Smetl vs. World 2009 zu CM Punk Road to WrestleMania und ich glaube wir sind jetzt bei No Way Out Wenn das mal richtig ist, freut mich. Ja, in Boston, Massachusetts Mal schauen, was wir da so bei No Way Out machen Welcome ladies and gentlemen, we are here at No Way Out Joey Styles and Taz greeting you from ringside And what a night we have, partner That's right, Styles, we should have the finals of the ECW Championship Tournament tonight With no interruptions this time Yes, I think CM Punk might be a little busy with his opponent to worry about the result of that match I'm not even good enough to go biglish I have to think about it Aha Gut, äh, ich sollte mich von Big Daddy V... äh, ich sollte mich nicht von Big Daddy V platt machen lassen Ich sollte ihn so schnell wie möglich schlagen Unter zweieinhalb Minuten waren gut Ja... Ich sehe, wie er bis lang so gut Ich bin Magwarspictor, die V gewinne ihn unter 2,5 Minuten um Bundes zu erhalten Ich versuche es Call on cause, call on cause Oh my god, he's so dangerous Oh my god, he's so dangerous Oh my god Oh my god Gut, er hat auch, äh, etwas besseres verdient, als seine Oberkörper nackt im Fernsehen zu sagen, aber... Ach, das ist ja nicht der Wewe Fand das toll, irgendwie Was rappt der Kerl? Über was rappt der Kerl dort, Andy, bitte? Und die Applaus der Kerl dort Und dann bringe ich sie auf die Team Und dann bringe ich sie auf die Queen Das hat überhaupt alles keinen Sinn gegeben Und die, 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 die Film ergibt wenigstens Sinn An dem was gelabert wird Gut, der Kerl schallt ja jetzt rum Schlechtes Beispiel, aber Ja Und, Punkt Ja Ich kenne es mal Ja Ja Nein Ich kenne es mal Ich kenne es mal Ich kenne es mal Es ist viel besser als Big the Devis Also, ich... Da kann man sich gar nicht besch... Es ist echt mal ich kenne es ich kenne es oh Gott oh Gott ja 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 oh oh guck mal gts damit hast du so überhaupt nicht gerechnet dann tust du nicht scott armstrong so so und da ist der dropkick wie ein kick das war und er hat den dropkick wie ein impact so so noch mal gts da kommt bin da kommt komm 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 ja nur eine Sekunde hätte ich noch Zeit gehabt ich habe dir ausgekickt wie erst das ich habe ihn geschafft genau sehr großer sieg ich meine guck dir mal der größte ist ne das ist wahrscheinlich CM Punk's größter sieg ne genau sehr großer sieg ich meine guck dir mal der größte sieg so muss man mal sagen das finde ich jetzt auch nicht wirklich viel guck ich mal Bonusfreigestellte wenn der spielerblick DTV ihn unter 2,5 minuten besiegt erhält er einen Bonus der Bedingung erfüllt Leila spielbar Leila von Ryze freigeschaltet und spielbar ja das wollte ich schon immer mal haben gut äh ja dann bedanke mich mal fürs Zusehen sage tschüss bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen ETeX Vielen Dank.